Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, es geht weiter mit dem Let's Play im Empyria und ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr die komplette Welt aufnehme, sondern nur noch die Gebiete, eine Folge von jedem Gebiet und spannende Gegner, weil sonst ist es einfach zu viel Arbeit und wir kommen nicht voran. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Dafür versuchen wir die Folgen spannender zu machen und die gehen dann auch 30 Minuten lang. So, ich habe wohl noch zwei Folgen gehabt, die ich nicht hochgeladen habe. Da waren wir bei Khan, wo wir doch so Angst vor hatten. Aber da haben wir, glaube ich, fünf Minuten gebraucht. Das war gar nicht so schwer. Gedroppt haben wir da, glaube ich, auch nichts. Irgendwas habe ich wohl gedroppt, was ich wieder weggeschmissen habe oder verkauft habe. Ich weiß es nicht mehr. Schmerzgeberjuwel. Ja, okay. Hättest du auch für dich behalten können. Es tut weh. Okay, gut. Wir gehen jetzt hier rein. Wir müssen jetzt... Wir sind übrigens jetzt schon in Zanadu. Das Gebiet mit dieser Kugel hier. Hier kommt man noch nicht durch. Da muss man... Ja, ja. Auf jeden Fall war ja im Testserver die Quest vertauscht, sodass man erst da rein musste, um die Wand zu öffnen. Das war ganz komisch. Man konnte da nicht rein. Aber Pascal, der kleine Cheater, der hat das irgendwie geschafft. Ich sage jetzt auch nicht wie. Okay, wir hatten einfach nur Glück, ne? Hopp, hopp, husch, husch. Pascal hat sich durch den Test zu ihrem gecheatet und war... Wir waren... ...ne Zeit lang ganz alleine in Imperium, weil die anderen nicht weiterkamen. Komm, das war schon lustig, oder? Bald kommt der zweite Teil. Hoffen wir. Und da werden wir auch schnell durchrennen. Aber da kommen bestimmt auch wieder ganz viele Bugs. So, ich habe ein ganz kleines Deck. Was machst du? Ach, der hat keinen Mana. Hilfe! Hilfe! So, auf jeden Fall hat sich in der ganzen Zeit eigentlich nicht viel geändert. Außer, dass wohl nur ein Set rausgekommen ist mit besonderen Stäben. Die sehen aus wie Disco-Kugeln, sagtest du, ne? Aber die Werte weiß ich jetzt nicht. Ich habe im Moment keine Kronen. Ich wollte so ein Pack-Opening machen. Ich warte jetzt, bis die Kronen wieder am Angebot sind. Und da gibt es einen Biestling als Hausgast. Echt? Also den, den man sich so hinstellen kann? Okay. Ja, aber sonst war eigentlich nichts Neues, ne? Ein Reittier. Auch ein Reittier nehme ich auch wohl noch. Ich habe gar nicht so viele. Auf dem deutschen Server, habe ich gehört, ist Imperia immer noch nicht raus. Aber, ähm, Monstrology, glaube ich, ne? Dann dauert es ja, glaube ich, nicht mehr so lang. Obwohl, die haben sich ja schon Zeit gelassen, ne? Stimmt, die vierte Ära. Irgendwann werden wir nochmal reinschauen auf dem deutschen Server. Um mal die Lager abzuchecken. Was überhaupt noch so los ist. Und ich will ja noch ein Hausturnier machen. Aber wann, weiß ich auch noch nicht. Aber dazu kommt dann ja wieder ein Infovideo. Vorzilla sucht den Skillert 2018. Nein, der macht meine Klingen weg. Oh ja, ich mich auch. Und ich werde das live aufnehmen. Aber nur, ähm, die zweite Runde und den finalen Kampf. Oh, hast du noch eine Klinge für mich gemacht? Ich weiß nicht, ob das reicht. Okay, danke. Oh, ich bin ja gar nicht tot. Ich habe vergessen, dass wir in Imperia sind. Ja, Pascal und ich, wir haben wieder angefangen, äh... Wenn ich das jetzt ausspreche, kriege ich wieder Ärger von Elias. Tartarus. Zu sucht. Wir sind auf der Jagd nach dem göttlichen Amulett. Aber ob wir das irgendwann bekommen werden, das weiß ich auch nicht. Wir können ja immer die, äh, Truhe aufnehmen oder... Die Drops. Und da mache ich dann nachher so ein Video von. Aber lohnt sich ja nachher auch nur, wenn wir das am Ende droppen, ne? Sonst ist es ja langweilig. Und ich habe Rasputins Amu noch nicht. Also nicht das Richtige. Aber ich weiß nicht, ist nicht einfach das, äh, das, äh, Morgancha Amulett für PvP besser? Weil ich meine... Oh, hat nicht gereicht. Glocken, ähm... Tut man ja eh nicht mehr so richtig, ne? Oh, guck mal, habe ich genau auf den richtigen mein Stäbchen gemacht. Ja, sechs... Sechs Prozent, ne? War das. Und das Morgi gibt, glaube ich, nur drei. Und das göttliche Amu... ...gibt dreifach Infektion für einen Pip. 25 Prozent, ne? Und das hat drei Sockel. Ach, ich will das haben. Ja, drei. Eine Träne, glaube ich. Und zwei Vierecke. Ne, das hat drei. Ich habe extra nachgeguckt. Ich gucke immer in Duellist. PvP-Sachen. Was fehlt dir mir sonst noch? Ich kann euch ja gar nicht mal meine Rüstung zeigen. Ich war ein bisschen fleißig schon. Mein Pad ist auch fertig, aber nur das, womit ich angreife. Ne, in PvP passiert uns das auch nicht. Wir kriegen es immer nur ab. Ich greife mal jemand an, das geht schneller. Boah, sind die nervig. Ich habe vergessen, wie nervig die sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Hier kommt auf jeden Fall in dem Gebiet noch eine richtig coole Szene. Ich hoffe, wir schaffen das noch bis dahin. Ja, und das Feuergebiet. Das finde ich auch so schön. Und am Ende kommt das Schlimmste. Hier, wo war man da nochmal drin? Im Gehirn? Im Gegenem Körper? Gibt es da eigentlich gute Sachen bei dem Endgegner? Ne, ne? Hey. Hallo? Ich kann... Hörst du mich noch? Ja. Jetzt. Ich habe schon gedacht, Internet ist weg. Was höre ich? Ich höre nichts. Alarm? Ich habe mich nicht gehört. Ja, jetzt höre ich das. Was sieht da schick aus hier? Oh, kann sein, dass wir das doch noch zur Szene schaffen, oder? Können wir das jetzt gleich freimachen? Ich weiß es nicht. Wir sind gerade mal Stufe... Äh, ein Level weiter, ne? 121? Gleich 100... Ja, stimmt. Ganz bisschen noch. Wir haben einen Shadow-Magic-Detektor jetzt. Light Brigade Lightemar. Oh, wer ist das denn? Der hat nur noch ein Leben, der arme. Wie geht das denn? Hi, Cody. Der war Kriegsherr. Nee. Doch. Meinst du? Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Ist der denn mit uns auch da an dem Feld gewesen, wo man reingeht? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Hä? Oh, das ist gruselig. Vor allem hat er einfach nur ein Leben. Ja, mach mal. Der ist jetzt tot. Wo kommt der her? Okay, aber das passt, ne? Achso, wo? Achso, da. Hi. Ich glaube, er erschreckt sich selber, dass er auf einmal hier ist. Meine Maus, meine Maus tut nicht. Jetzt. Ähm. Soll ich angreifen? Ich mache mir noch eine Klinge. Ach, du hast öffentlich geschrieben. Er versteht kein Wort. Ich greife an. Ups, sorry. Was heißt BTV? BTV. BTV. Kritisch. Tod. Sowas von Tod. Hä? Oh Gott, ey. Unsere Englischkenntnisse. Es ist dein Deutsch, hat er doch jetzt geschrieben, oder? Ich glaube, weil du dich entschuldigt hast. Es ist doch deine Sprache oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe auch so vieles hier nicht. Aber Hauptsache Team Up funktioniert, wenn ich alleine bin. Oh, jetzt kommen wir hier durch. Ich muss mich mal eben einmal umgucken. Hübsch ist es doch hier. Hübsch. Ein bisschen düster. Oh, hier ist Party. Party. Hörst du das? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja, ich weiß jetzt. Ich fand das so geil mit den Seifenblasen hier. Das habe ich doch einmal kurz aufgenommen. Ich hätte auch gern so eine Maschine. Oh, ich kann da was mitmachen. Ach, müssen wir sogar. Talk to Fosse. Herzlichen Glück von... Ach, scheiße. Das war so ein Rätsel, oder? Irgendwie sowas. Irgendwas musst du mal schnell machen. Du hattest das doch einmal gar nicht richtig geschafft am Anfang. Du Noob. Bei mir war ein Bug, okay? Oder bei dir? Yeah, 122. Das war eine richtige Drogenmusik da gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier nochmal machen muss. Okay, jetzt muss ich tanzen. Okay, ich bin bereit. Let's tanzen. Ah! Was? Ach so? Dein Coaching ist excellent. Okay, ich habe es geschnallt. Like this? Aha! Aber jetzt kann ich gar nicht richtig sehen, wie der Tanke ist. Ich muss hier auf den Pfeil achten. Ich kann ja mal aufhören zu reden. Ich kann mich nicht konzentrieren. Boah, wie lange geht das denn? Schüsse. Ich glaube, ich bin fertig. Ich habe es geschafft. Ich will hier noch ein bisschen bleiben. Wo sind die Cocktails? Was denn? Was hat der Cody gemeint? Was? Ach so. Weißt du, was ich auch noch machen könnte? Die ganzen Kommentare mal vorlesen, wo ich hier nicht da war. Da sind ja auch noch so einige dazugekommen. Ich glaube, ein paar habe ich gar nicht beantwortet. Gucken wir beim nächsten Mal. Hier gibt es Cocktails. Ja! Leute, da war ein Kommentar, da hat einer geschrieben, bin ich schwul, wenn ich dich als Junge feiere? Nein, bist du nicht. Außer du hörst noch Justin Bieber. Nein, dann auch nicht. Obwohl ich mag Justin Bieber. Früher mochte ich den nicht, aber jetzt so langsam finde ich die Musik richtig gut. Früher, die Liga, die fand ich extrem nervig. Baby, Baby, Baby. Kennst du das? Boah, das fand ich ganz schlimm. Aber jetzt so mittlerweile... ...finde ich die ganz gut. So, was passiert jetzt? Oh, ich weiß, wo wir sind. Ich finde es hier doof. Hier sieht einfach alles gleich aus. Nein. Ich auch nicht. Diesen komischen Robotern. Also, Leute, das hier ist total unspannend. Oh, da ist der Cody. Pascal rennt natürlich wieder. Wie immer. Hat sich also nichts geändert. Ja, Leute, und wenn ihr Lust habt, mal zu mir in den Discord-Server zu kommen, unter jedem Video ist auch ein Link von dem Server. Dann könnt ihr einfach reinkommen. Da können wir auch ein bisschen schreiben. Und manchmal, wenn ich irgendwo Hilfe brauche oder keine Ahnung was, dann werde ich da auch immer nachfragen. Und nicht mehr über YouTube. Muss ich halt kein extra Video mehr machen. Ist doch eine gute Idee, oder? Passt nicht, ist mir jetzt gerade eingefallen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich hab's vergessen. Ach, du hast dir ne Klänge gemacht. Hab ich dir die gemeint? Hab ich dir die gemacht? Oh. Ich rede zu viel. Die haben wenig Leben. Kann ich in der ersten Runde hauen. Außer die Nerven jetzt richtig. Ah, die machen sich extrem viele Schilder, die Gegner hier, ne? Ja. Weißt du noch mal, wie lange das Gebiet hier ging? Hat das lange gedauert? Das war nicht lange, ne? Ja. Zweieinhalb Monate. Ja, der Nick war ja sonst auch immer dabei. Und der, ähm, der Nick kommt, ist wieder dabei, wenn er halt Club hat und Zeit hat. Und der John, von dem haben wir noch nichts gehört. Er ist spurlos verschwunden. Oder hast du was von ihm gehört, Pasi? Nee, ne? Ach, ich find's auch blöd, dass man in den US nur mit Paypal zahlen kann und mit Visa. Jetzt hat jeder Mensch eine Visa-Karte. Oder so Online-Banking oder sowas geht auch nicht, ne? Ach, also. Warum sind diese Chats größtenteils Dummheit? Allein, allein, weil ein kleines Schwein. Was reden die da? Ach, auf meinem Discord-Server gibt's auch noch einen extra, ähm, Text-Channel, äh, äh, wo man sich mit Elias dissen kann. Also, ist... Wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr ruhig reinkommen und ein bisschen mit Elias schreiben. So. Jetzt muss ich mal einen... Ja, ich würde mich dann jetzt auf jeden Fall schon mal verabschieden. Weil das ist hier echt langweilig. Hier ist überhaupt nichts Spannendes. Die Szene haben wir leider nicht mitbekommen. Vielleicht kommt sie ja noch. Wir leveln das jetzt erstmal so weiter, oder? Und dann nehme ich wieder auf, wenn irgendwas Tolles passiert. Gut, Leute, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ähm, und ja. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020